Wenn ein Tag zu Ende geht, wenn der Mond am Himmel steht, wenn die Sonne ganz versinkt und ein erstes Sternlein blinkt, dann wird's draußen richtig dunkel, leises Flüstern und Gemunkel. In den Fenstern wird es Licht, dann zeigt uns die Nacht ihr Geset. Nachts erwacht die Fantasie, sie lässt uns träumen wie noch nie. Viele Geschichten, man glaubt es kaum, beginnen mit einem Traum. Wenn ich aus dem Fenster schau, seh ich den Himmel dunkelblau. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sterlein prangen, am Himmel hell und klar. Wunderbar, wunderbar, die Menschen in den Häusern begeben sich zur Ruhe. Sie sinken in die Kissen und schlafen ein im Blut. Doch hier in Mikas Zimmerlein ist es noch nicht ganz so weit. Mika ist noch wach und lacht zum Schlafen sich bereit. So ein Tag sollte niemals zu Ende gehen, denn dafür ist er viel zu schön. Ich bin froh, denn ich habe heute viel gemacht und davon träum ich sicher heute Nacht. Ja, ich bin froh, denn ich bin froh, denn ich bin froh. Noch so viele schöne Dinge sehen. Doch Mama sagt, ich soll schlafen gehen. Na gut. Zähne hab ich schon geputzt. Lappen hab ich auch benutzt. Schlafanzug ist angezogen. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ungelogen. Jippie. Hippie bist du auch so weit. Na klar. Denn es ist jetzt Schlafenszeit. Was geht schon? Komm und leg dich her zu mir. Ach Benno. Du bist mein Lieblingskuscheltier. Na gut. Na gut. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.